Wir haben alle Verständnis für Ihre Situation, aber mittlerweile stehen Jasons Ausraster auf der Tagesordnung. Nein! Ich lasse mir von einer Verschwörungstheoretikerin nichts sagen. Ich werde bloß essen! Mami, lass das Problem! Ja, aber das meint er ja nicht so. So was Verzogenes. Er ist Autist! Ich bin am Ende meiner Kraft. Und das würdest du sehen, wenn du mal mehr als vier Tage im Monat zu Hause wärst. Was soll ich denn noch machen? Ich wäre auch gern mehr da. Hey Jason, bist du FC Bayern-Fan oder Dortmund-Fan? Ich bin Albert Einstein-Fan. Ich liebe Jason, aber ich kann nicht mehr. Ich will meinen Lieblingsverein! Okay, ich fahre am Wochenende mit dir ins Stadion. Wir gucken ein paar Spiele. Und als Gegenleistung lässt du dich in der Schule nicht mehr so provozieren. In Ordnung. Abgemacht. Erste, zweite und dritte Liga. Das sind 56 Vereine. Die schauen wir uns alle zusammen an. 56? Du hast es versprochen. Hier ist unser Herz. Unsere Tränen. Ah! Liebe Zwei. Elf Spieler mit fünf verschiedenen Schuhfarben. Keine bescheuerten Maskottchen. Aber besser wird's nicht. Wie kannst du das wissen, wenn du nicht alle gesehen hast? Ich stehe nicht auf. Ich bin ja kein Schalker. Hier geht alles. Hier sind wir König. Das Stadion wurde von den Nazis gebaut. Da geh ich nicht rein. Jason! Jason! Das sind die Wochenende-Rebellenpapst. Bin ich cool! Ich will, dass der das glücklichste Leben lebt, das er leben kann. Es sind so viele Gedanken gleichzeitig in meinem Kopf. Und sie passen nicht zusammen wie Krieg im Kopf. Jason! Der Jason ist schon richtig. So wie er ist. Komm, komm, komm! Der wird ein Leben lang in seinem Aufzug fahren. Und alles, was wir tun können, ist mit ihm zu fahren. Was heißt eigentlich, wenn dir keiner von den 56 gefällt? Dann suchen wir in Europa weiter. In Europa? Jo. Wobei. Dann oder? Das計 stammte ich gleich. Ich mache in der Nähe von über 20 Minuten hin und höre. Wenn der Nähe von der Nähe von ganz aufgefahren ist, Na, mining oben aufgefahren bin. Dann kann es euch nur noch ein Hölle von digerter.